Ehre und Vertrauen Das wird cool, gegen dein altes Team anzutreten, oder, Tiger? Ja, die Nakama-Jungs sind Top-Spieler. Aber zuerst besiegen wir heute Kolossus. Du weißt viel über Nakama, oder? Ja, ich kann es kaum erwarten, Miku Chen zu sehen. Er ist einer meiner besten Freunde. Aha, aber du kannst uns ein paar Geheimnisse über Nakama erzählen, oder? Die Superstrikas gewinnen, indem sie das beste Team am Spieltag sind. Haha, das werden wir sein, Mann. Jetzt kämt ihr weiter die Haare. Es ist Zeit zu spielen. Eins, zwei, drei. Superstrikas! Spieltag im Strikaland. Kolossus wird mit Punkten gehen wollen. Aber sie werden hart arbeiten müssen, um die Superstrikas heute zu Hause zu schlagen. Dancing Roster hat den Ball. Er sucht den Pass. Twisting Tiger. Immer eine gute Option. Mal sehen, ob ihr das aufhalten könnt. Zwei, zwei, drei. Ich habe noch nie gesehen, dass Twisting Tiger so leicht der Ball abgenommen wird. Komm schon, Tiger. Zeig, was du drauf hast. Twisting Tiger sieht heute auf dem Feld verloren aus. Kolossus halten ihn bei jedem Schritt auf. Nicht gut. Der ist meiner! Toller Aufbau von den Männern in Rot. Twisting Tiger könnte das Spiel für die Superstrikas umdrehen. Er steckt immer voller Überraschungen. Was für ein Spielzug von Twisting Tiger! Trotzdem scheint er nicht komplett die Kontrolle zu haben. Hä? Könnte er den Druck spüren, nächste Woche gegen sein altes Team zu spielen? Das ist noch ein ganzes Spiel entfernt. Er muss herausfinden, wie er sich gegen diese Verteidigung anpassen kann. Die Zeit wird ziemlich knapp. Jetzt schießt den Ball hinten ins Netz. Roster passt zu Twisting Tiger. Hat er noch irgendwas übrig, das diese Verteidigung nicht aufhalten kann? Pass dich an, Tiger. Mach etwas, das sie nicht von dir erwarten. Twisting Tiger! Direkt durch die Verteidigung! Shakes geht rein und... Hallo! Wunderschöne Tor von Shakes beim Abpfiff! Die Superstrikas gewinnen! Hey, Twisting Tiger! Mach dir keine Gedanken. Es war, als wüssten sie jeden meiner Spielzüge. Komm schon! Wie soll das denn möglich sein? Hey! Wenn du gegen Uragiri antrittst, bedanke dich für dieses Trainingsvideo von dir. Was? Nicht, dass es uns etwas geholfen hätte. So haben die Kolosse-Spieler dich angegriffen. Deine Training-DVD. Ich habe keine Training-DVD. Hä? Uragiri. Gesundheit? Nein. Uragiri. Mein alter Trainer. Er ist der Einzige, dass er etwas tun würde. Aber... Wieso? Er glaubt, dass es eine Schande für einen Spieler ist, Nakama zu verlassen. Das ist seine Rache. Also, was bedeutet das für dein Spiel gegen sie? Ich weiß es nicht. Aber nichts Gutes. Hey! Wenn du an neuen Moves arbeiten willst, ich bin für dich da, Bro. Genau deshalb spiele ich für die Superstrikers. Hier sind die neuesten Nachrichten über den Sieg der Superstrikers gegen Colossus. Außer des letzten Passes hatte Twisting Tiger ein furchtbares Spiel. Phase 1 vollendet. Zeit für Phase 2. Ehre und Vertrauen. Ehre und Vertrauen. Wir wurden von einem unserer Spieler verraten. Haia! Tut mir leid, Nico. Aber meine Quellen sagen mir, unser alter Freund Twisting Tiger hat den Superstrikers von deiner Verletzung erzählt. Aber Twisting Tiger würde mich niemals verraten. Er hat uns alle verraten. Aber Meister, er ist wie ein Bruder für mich. Ja, aber wie weit könnte ein Mann gehen, um zu gewinnen? Na, Kama hat nun eine DVD von deinen Moves gemacht. Dann erzählst du uns jetzt seine Geheimnisse, oder? Nein. Die Nakama-Spieler sind gute Jungs. Ich werde sie nicht verraten, nur weil Urakiri eine DVD gemacht hat. Nakama kommt heute Abend an. Morgen nehmen wir an ihrer Pressekonferenz teil. Am Nachmittag spielen wir dann. Shakes? Ja? Kannst du länger mit mir hierbleiben? Absolut, na klar. Wenn du denkst, dass mich Colossus unter Druck gesetzt hat. Nakama muss jeden deiner Moves kennen, oder? Ich habe eine Sendung auf dem Tierweltkanal gesehen. Es ging um die Jagdmuster des Tigers. Das könnte funktionieren. Der Tiger umkreist seine Beute, stellt dir eine Falle und dann greift er an. Jetzt bin ich wirklich ein Tiger. Wow! Danke für deine Hilfe. Tiger? Woher hast du deinen Spitznamen? Als ich zu Nakama gekommen bin, haben wir gegen Colossus gespielt. Ich bin zurückgerannt, um eine gefährliche Flanke zu verhindern. Ein Teamkamerad und ich fallen zu Boden. Beide verletzt. Er hat sich den Fuß verletzt. Ich hatte mir den Arm verletzt. Wir wurden wie Brüder. Viele Spiele lang musste ich mein Arm bandagieren, weil es so wehgetan hat. Ich habe angefangen, mich zu drehen, um meinen Arm zu schützen. Die Verteidiger konnten nicht mithalten. Und bald wurde ich ein berühmter Spieler. Bitte sag niemandem, wieso ich das immer an den Handgelenken trage. Okay? Klar. Ging es deinem Teamkameraden danach wieder gut? Ja. Es geht ihm gut. Da bin ich froh. Wer war es? Lass uns weiterarbeiten, okay? Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen die disziplinierteste und talentierteste Mannschaft in der Super League. FC Nakama. Keine Sorge. Natürlich nicht. Leute! Wir freuen uns auf das kommende Spiel. Mögen die Besseren gewinnen. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Obwohl wir Gegner sind, freue ich mich darauf, heute das Spielfeld mit dir zu teilen. Ich verstehe das nicht. Mein Team spricht nicht mit Verrätern, Twisting Tiger. Verräter? Wovon redest du da? Du hast den Super Strikers die größten Geheimnisse von Nakama erzählt. Das ist unverzeihlich. Twisting Tiger würde sowas auf keinen Fall machen. Das weiß ich. Und du weißt es auch. Aber die Nakama-Typen wissen das nicht. Und jetzt wollen sie Rache. Mann, es könnte hässlich werden. Ich muss diese DVD finden und beweisen, dass Twisting Tiger cool ist und Uragiri ein Trottel ist. Oder? Aha. Detektiv Spencer zu ihren Diensten. Äh, wo genau soll ich anfangen? Ich würde sagen, wo auch immer Kolossus abgehangen haben. Es ist Spieltag im Strikerland. Wir haben heute einen tollen Kampf zwischen zwei Superleague-Schwergewichten. Schon in der Pressekonferenz konnte man die Anspannung in der Luft spüren. Ich glaube, das war nur ein kleines Ablenkungsmanöver. Nichts Ernstes. Na, da bin ich mir nicht sicher, Mac. Die alten Teamkameraden scheinen nicht mehr miteinander zu sprechen. Und jetzt kommt der freundliche Teil des Spiels, bei dem sich Nakama traditionell vor ihren Gegnern verneigt. Was immer du sagst, Mac. Also, Mac, ich denke, man kann sicherlich sagen... Also, das nenne ich Anspannung. Ich glaube, Twisting Tiger wird es nicht leicht haben, gegen seine alten Teamkameraden zu spielen. Was? Nakama versucht, den Superstrikers Mittelfeldspielern Druck zu machen. Trotz der Anspannung zwischen den beiden Teams bleibt Nakama fair. Miku Chen hat Platz. Miku Chen hängt die Verteidiger so schnell ab. Riskantes Manöver von Big Bo. Aber er kriegt ihn in die Finger. Der Schuss fliegt hoch. Er schickt ihn über das Tor. Und der Punktestand bleibt im Moment bei 0 zu 0. Wo sind Kolossus hin, als sie hier waren? Ha! Sie mussten etwas essen. Big Bo verschwendet keine Zeit, um in Richtung gegnerisches Tor zu stürmen. North Shaw lässt sich Zeit, während die Spieler sich bereit machen. Twisting Tiger steht frei. Er kommt seinen alten Teamkameraden entgegen. Oh, das war knapp. Die Superstrikers bringen den Ball schnell in Richtung Tor. Unglaublich gut gerettet. Die Superstrikers hatten die Chance auf das 1 zu 0. Obwohl sie aufgehalten wurden, ist Nakamas Trainer nicht allzu glücklich. Ich muss diese DVD finden, bevor Nakama Tiger die Hölle heiß macht. Das ist es. Ein guter Detektiv geht immer an den Tatort zurück. Strikerland. Ich muss dahin. Schnell. Okay, jetzt muss ich schnell dahin. Jetzt spielt Nakama, als wären sie einen Schritt hinter Twisting Tiger. Hey, ja. Twisting Tiger zeigt seinen alten Teamkameraden ein paar Moves. Schnoppt ihn! Twisting Tiger ist zwischen zwei Verteidiger eingeklemmt. Und Twisting Tiger liegt am Boden des Haufens. Er sieht erschüttert aus, Mac. Da bin ich mir nicht sicher. Ob das eine unbeabsichtigte Kollision war? Wieso respektiert ihr Twisting Tiger nicht? Der ist doch euer Freund, oder nicht? Kein echter Freund würde den Superstrikers Nakamas Geheimnisse verraten. Keine Ehre. Kein Vertrauen. Was? Ihr versteht das ganz falsch. Sieht aus, als hätte Nakama einen Sinneswandel gehabt. Sie sind Twisting Tiger heute wirklich hinterher. Ich stimme zu, Mac. Mikko Chen hat den Ball. Er macht sich bereit. Er schießt. Tor! Tor! Was für ein Kampf! Nakama trifft zuerst. Cool Joe schickt eine Flanke an Shakes. Oh, Nakama macht es ihnen im Mittelfeld nicht leicht. Oder irgendwo sonst. Hier kommt Nakama mit der nächsten Chance. Mit einem Torrückstand haben die Superstrikers zur Halbzeit viel zu tun. Es wäre besser, wenn Twisting Tiger langsam mal auftritt. Sonst könnte er ausgewechselt werden. Sie zerstören ihn auf dem Feld. Miko? Hm? Nakama spielt nicht mit Ehre. Nicht wie das Team, für das ich gespielt habe. Kannst du spielen? Dieser Ura Giri, er hat den Spielern Ding in den Kopf gesetzt. Er ist so verrückt. Sie spielen so verrückt. Mir geht's gut, Coach. Sie haben es wohl auf dich abgesehen. Wenn du nicht vorsichtig bist, kannst du beim nächsten Spiel vielleicht nicht spielen. Ich schaffe das. Ich bin bereit zu gewinnen, Coach. Bingo! Die Opfer, die ich für meinen Job bringe. Aha! Liebe Kolossus, hier ist alles, was ihr über Twisting Tiger wissen müsst. Euer Ura Giri. Shakes! El Matador! Spencer! El Matador, los geht's! Du, kommst mit mir! Hä? Also, das war's dann wohl. Hä? Richtig. Putzig, wie sie sich da im Kreis aufstellen. Spielt mit euren Herzen! Wir können gewinnen! Super Strikers! Hüi-ja! Nakama haben ihre Feldposition geöffnet! Das haben sie! Das sieht mehr wie das alte Nakama-Team aus! Sieht aus, als würde Miko Chen sich wirklich um seinen alten Freund Sorgen machen! Geht's dir gut, Bruder? Ja, mir geht es gut. Aber woher kommt der Sinneswandel? Den gab es niemals. El Matador hat Miko und Nakama geholfen, alles zu klären. El Matador? Hat was geklärt? Ich weiß nicht, worüber sie da unten gesprochen haben, aber es sieht so aus, als würde dieses Spiel durch Können entschieden, nicht durch Gerangel. Wow! Unglaublich gut gerettet von Big Bo! Was für ein klasse Schuss von Miko Chen! Dieses Spiel ist ein festes Fußballsmack! Es sind nur noch 30 Sekunden übrig! Hat Tiger etwas, mit dem er seine alten Team-Kameraden überraschen kann? Raaah! Was ist das? Twisting Tiger! Also er, er, er dreht sich nicht! Sakura, aber steckt fest! Im Auge des Tigersturms! Tore! Unglaublich! Damit haben die Superstrikers den Ausgleich! Es sind wieder nur noch wenige Sekunden übrig! Wow! Was für eine Art, das Spiel zu beenden! Und was für ein tolles Spiel das war! Es wird als unentschieden in die Bücher reingehen, aber ich würde sagen, sie haben beide gewonnen! Tut mir leid, dass ich in dir gezweifelt habe. Wir wissen jetzt, dass du der Nakama-Tradition treu geblieben bist. Für die Strikers zu spielen, hat nie bedeutet, die Vergangenheit nicht mehr zu ehren. Es ging mir dabei um einen Neuanfang. Ich habe den Tag gerettet, oder? Miko Chen! Geh weg von diesem erbärmlichen Verräter! Er hat keine Ehre und kein Vertrauen! Ehre und Vertrauen? Sprich mit mir nicht über Ehre und Vertrauen! Oder möchtest du vielleicht auch eine DVD über meine Moves machen, falls ich Nakama je verlasse? Ähm... Ah! Oh! Das! Das war doch nur ein Witz zwischen einem Trainer und seinem früheren Spieler! Ich habe nur versucht, ihn dazu zu zwingen, neue Moves zu erfinden! Ja! Neue Moves! Hey! Was ist das? Völlig verrückt! Twisting Tiger, wieso kommst du nicht nach Hause zu Nakama? Ich bin zuhause! Ich bin zuhause! aus zum Beispiel Ab flipped in eine Mitle! Ansonstenыл ради O Unidos Auach Ich bin zuhause Schade! đang Wider